Musik Ich gebe zu, dass ich von den Rolling Stones nie eine Platte besessen habe. Und ich bin auch noch nie in einem ihrer immer wiederkehrenden Abschiedskonzerte gewesen. Aber ich wäre in der letzten Woche gerne in der Berliner Waldbühne dabei gewesen. Start me up, Satisfaction oder Sympathy for the Devil. Das ist schon etwas Besonderes, Musikklassiker für unsere Zeit. Eine Textzeile eines Liedes von den Stones habe ich in meinen kleinen Schatz von Lebensweisheiten aufgenommen. Ich behaupte ja, dass man mit 10 bis 20 Leuchtfeuerworten ganz gut durchs Leben kommt. Und von den Stones ist es dieser Satz, er lautet, erst auf Englisch, You can't always get what you want, but you get what you need. Auf Deutsch, meine freie Übersetzung, Du kriegst nicht immer das, was du willst, aber du bekommst das, was du brauchst. Ich finde, das ist ein wichtiger Gedanke, gerade heute, wo unser Leben und unser Alltag so durchgetaktet sind. Und wenn dann etwas eintritt, was wir nicht geplant haben, die Bundesbahn ist mal wieder zu spät oder vor dem freien Wochenende zeigt der Corona-Streifen ein fettes Tee, dann hat man schnell das Gefühl, die ganze Welt würde einbrechen, eine Katastrophe. Die Stones geben mit ihrem Lied zu bedenken, dass wir etwas gelassener sein und mehr vertrauen sollten. Manchmal ist das, was wir uns ausgedacht haben und was wir wollen, gerade nicht das, was wir brauchen. Allerdings verstehen wir das nicht sofort im selben Augenblick, sondern erst im Rückblick. Mein großes AHA-Erlebnis liegt schon lange zurück und hat sich später in vielen Variationen bewahrheitet. Als meine Frau Rena und ich nach zwei Jahren in Südamerika zurück nach Deutschland mussten, hat uns der Regionalbischof nach Nienhagen geschickt. Das ist immer so bei Pastoren mit ihrer ersten Stelle, sie werden geschickt. Meine Güte, was waren wir sauer. Warum in dieses Dorf? Warum nicht Hannover oder wenigstens Lüneburg? Warum um Himmels Willen in die Pampa? Wirklich, wir haben es erlebt. Du bekommst nicht immer das, was du willst. Aber ziemlich schnell haben wir gemerkt, hier ist es viel besser als gedacht. Es gibt hier nette und engagierte Leute mit einem weiten Horizont, eine tolle Kirchengemeinde, gute Kirchenvorstände. Es gibt zwar viel zu tun, aber die Arbeit trägt Früchte. Wir haben das bekommen, was wir offenbar brauchten. Wir wussten es nur nicht. Mein Appell für diese Woche, ach nicht nur für diese Woche, an euch lautet, glaube nicht, dein Leben würde perfekt sein, wenn du nur das bekommst, was du geplant hast. Es sind doch gerade die ungeplanten und unverfügbaren Momente, die unser Leben bereichern. Und um es fromm zu sagen, gib eine Chance, gib Gott eine Chance, dass er mit dir in Kontakt kommt. Und vergiss nicht, you can't always get what you want, but you get what you need. Bleib behütet.